Alles vor Weihnachten, da ist es doch viel besser, unser Nutsch zu kaufen. Ohne Witz, wie gesagt, jetzt hier unter Erste Link in der Welt. Fette Bundles können die richtig krass sparen, mit Käppi, mit Beutel, mit allem. Richtig krasse, hohe, fröhliche Weihnachtensshirts. Alles, was ihr wollt, alles, was ihr Herz begehrt. Das ist krass, aber man. Ja, aber was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht, man. Wir sollten die Nummer löschen oder die Handys kaputt machen. Ich will nichts damit zu tun haben. Das mache ich sowieso. Die Nummer wird sofort gelöscht. Aber ich habe eh die Frage, was hat dieser Schneemann immer noch hier zu tun? Der Schneemann, man, das war doch nur in meinem Traum, du Fisch. Ach ja, und der auf dem Balkon, der war echt? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt was gewaltig, nicht nur um 3 und 8. Das ist eine Sau und Nachts, wir sind in der Parallelwelt, Lexi. Glaubst du das? Ich weiß es nicht, Mann. Junge, 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 weißt du was, gehen wir mal? Nein, noch eine Frage. Was ist, wenn Kissi, Misti und Hakiwaki auf uns jetzt sauer sind und jetzt wirklich uns heim sind? Jede Folge kommen die. Schwörte, ich mache das jetzt kaputt. Jede Folge. Meist, die nächsten 10 Videos alle Hakiwaki. Ja, eben, was ist dann? Das geht doch gar nicht. Es ist doch Weihnachten. Ich will eine schöne Zeit erleben. Ich auch, Mann. Silvester, Neujahr, ja, ganz genau. Heute ist der dritte Advent, Alter, der dritte Advent. Der dritte natürlich auch noch. Alles Gute für euch an dem dritten Advent, aber wie ihr seht, am dritten Advent haben die gerade übel den Stress. Übel die einfach nicht gut, einfach nicht schön. Lucky, helf uns doch mal. Weißt du was, Flexi, wir verbrechen uns erstmal die Hände in den Händen. Lucky, sag was, Lucky, sag was. Nein, es gibt dich auch als Weihnachtst-T-Shirt mit Lucky.